Heute war wieder so ein Tag, da hat man eigentlich gar keine Lust zu tauchen, aber wir brauchten unbedingt ein paar Daten von diesem einen Monitoringsee, den wir betaucht haben und die Sicht war nicht so toll, also wirklich nicht. Wir waren bei 20 Meter unten, also null Sicht, ab 3 ging es so ungefähr, aber wichtig war eben, dass wir die Daten erfasst haben und was wir bekommen haben, ist alles hier drin, das werden wir noch analysieren. Ja, alles zum Wohle der Wissenschaft. Ja, alles zum Wohle der Wissenschaft. Ja, alles zum Wohle. Ja, alles zum Wohle der Wissenschaft. Ja, alles zum Wohle der Wissenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020